Und wo ist die feindliche Basis? Die muss irgendwo hier sein, vermutlich mal. Fahr'n wir da hin. Na komm. Da muss irgendwo der Feind sein. Kann doch gar nicht sein hier. Das kann doch nicht angehen. Ich brauch' da da als Zentrale. Noch mehr Tiberium. Ah, da ist ja die feindliche Basis. So. Wie komm' ich denn hier rein? Oh, fahr vorbei, Mann! Bleib bald nett stehen! Einheit verloren. Einheit verloren. Wir wissen, wo die feindliche Basis steht. Wie kommen wir da mit Zahnsäcken hin? Wir kommen... kommen wir da überhaupt hin? Boah, ist bei der Sammler fertig. Und das Schöne ist, die Gegend wird nicht wieder dunkel. In manchen anderen Spielen wird dunkel sich ja alles wieder und dann sieht man nichts mehr. Konstruktion fertig. Aber das ist noch eins der guten alten Strategiespiele. Da war das noch nicht der... Ach, scheiße, der ändert automatisch den Namen. Ne, das muss ich hier beibehalten, sonst wird das nichts. Und du wirst nicht mal sammeln gehen? Ah, übrigens, das ist eins dieser Bäume, die ich erwähnt habe. Blütenbaum. Ich glaube, der N64 war so ein hieser blühender Baum. Ja, und wenn man sieht, spucken die da hin und wieder so Zeug hinaus und da wächst immer wieder Tiberium nach. Und... Boah, die haben zwei Sammler, diese Mistkerle. Was? Die greifen aus Luft an? Daran erinnere ich mich ja jetzt überhaupt nimmer. Ach, du Scheiße. Besser, ich schick mal was da runter, wer weiß, wo die hinfahren. Ja, eins bleibt da. Und ungefähr die Hälfte meiner Einheit hiermit. So. Gott! Bewegt euch! Bewegung! Und wir bauen weiterhin Sanzsäcke. Oh Gott! Ich will wissen, ob die Sanzsäck-Strategie... Findest du der Kohl? Ja. Gut. Fertig. Wird gebaut. Ich will wissen, ob die überhaupt funktioniert. Objekt, das Ding hoch. Haha. Mögen eure Einheiten zur Hölle fahren. Wir bauen alle zwei das Sanzsäcke bauen. Wir bauen Silos. Wir brauchen keine Silos, wir brauchen noch einen Sammler. Silos. Pfff. Wir bauen den bitteschön Silos. Tschüss. Oh, das sind zwei Stücken. Konstruktion. Weiter geht's. Ich will wissen, ob die jetzt funktioniert noch. Oder ob die... Also ich auf der PC-Version nicht mehr funktioniere, oder... Mach mal platt. Ich geh da mal kein Risiko ein. Aber ich weiß gar nicht, komm ich überhaupt über den Fluss mit den Sanzsäcken? Bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Ach. Raketenwerfer waren schön. Ja, jetzt weiß ich wieder. Zumindest gegen Infanterie. Oh, das ist nicht möglich. Wird gebaut. Ja, komm. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Alles weiter bauen. Ich weiß gar nicht, konnten wir über den Fluss da so drüber bauen, also über diese Furten. Wäre nicht, ich kann zumindest meine Basis nach oben hin absichern. Also sie schießen kaputt, das weiß ich natürlich nicht. Und mir fällt da glaube ich auf, warum ich in der letzten Mission keine, äh, Verteilungsgebäude bauen konnte wie Türme, weil ich keine Kaserne gebaut hab, ich schlau mal ja. Und die ist, soweit ich weiß, glaube ich, Voraussetzung dafür. Egal. Ich vermute mal, so baut der Feind auch immer seine Stellungen irgendwo in die Pampa rein. Mit Zangzecken. Ja. Ach, halt's Maul. Verkaufen wir mal wieder. Und du sammelst. Warum sammelst du nicht? Ach ja, die gehen ja erst sammeln, wenn man es ihnen befiehlt. Dumme Bots, dumme. Nein. Ich kann scheinbar nicht darüber bauen, scheiße. Oder? Schauen wir mal. Jetzt steht da Einheit drauf, kann ich sowieso nicht bauen. Ah? Das wird spannend. Bleibt sp... Oh doch, ich kann darüber bauen, wie geil. Ja, blass das Ding mal weg. So, bauen wir erst mal da oben zu. Und... Schauen wir mal, kommen sie noch vorbei? Nein. Ja, also diese Taktik, die ich jetzt verwende, ist ziemlich lame. Und ich werde es auch nur jetzt verwenden in der Mission, um es nochmal vorzuführen. Wir benötigen die Silos. Wir benötigen die Silos. Das heißt, wir benötigen Silos, wir benötigen einen Wachtturm. Das glaube ich eher, dass wir das brauchen, einen Wachtturm, ja. Oh Gott, was kommen die da jetzt ewig? Ja, euch mache ich euch, zeige ich es jetzt mal. Oh Gott, bauen wir erst mal einen Wachtturm. Bauen wir eine hier? Klar, warum nicht? Die Taktik ist im Prinzip total mies, ja. Ich weiß, es ist halt unfair auch und so, aber... Ich finde sie trotzdem saulustig. Ich könnte im Prinzip so weiterspielen. Kannst von denen schießen, ne? Oh doch, kann sie. Was? Wieso hast du dich nicht in die Luft gesprengt? Du dummer Vollidiot. Und was zur Hölle? Warum ist die so kaputt? Was ist denn jetzt los? Ach, es ist so gemein im Prinzip, dass wir den Sand säcken, aber... Ich will sie nur mal vorführen, genau. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich eine spätere Mission dauernd so machen werde. Oh, schon wieder? Ihr gebt mir auf den Sack, ihr Pisser. Echt mal, ihr gebt mir echt auf die Nerven mit euren... ...scheiß Helikoptern dauernd. Wie gäbe ich noch, du... Ich könnte mal einen Panzerbauern sechsen. Äh, warum... Warum landest du da? Machst nix. Normalerweise sollten da jetzt noch irgendwie Leute rauskommen, oder? Äh, was macht der da? Ist der besoffen? Dann bauen wir eben da zu. Mir auch recht. So, eben so. Dann kaufen wir das Ding wieder. Da ist dicht. Da ist dicht. Gott, ist die Taktik mies. Aber ich mach's trotzdem so. Warum seid eigentlich ihr eins? Ihr seid doch viel wichtiger als ihr seid jetzt... Ihr seid jetzt absurd. Nein, nicht Möbius! Möbius. Möbius. Äh. Äh, was wollt ihr jetzt noch bauen? Ich könnte noch was bauen. Nicht eine Werkstatt? Nein. Ich muss doch Silos bauen, damit ich das Geld nicht verlieren. Verdammt! Ja, richtig. Der Taktik hoch. Ich hab drei Sammler und... Boah, die sind fleißig am Arbeiten. Mach mal kaputt hier. Ist das so voll? Naja, halb voll. Boah, muss hier jetzt aber noch zweitig. So. Jetzt machen wir weiter mit meiner Sunset-Taktik. Ja, ich weiß, dass die langweilig ist und so. Und ich werd's auch später nicht weitermachen. Ich hätt den Turm nicht abreißen dürfen. Scheiße, Alter. Da, sie sind einfach zu blöd, das irgendwie kaputt zu schießen. Jetzt macht das Ding endlich kaputt. Das kann doch nicht so schwer sein. Es ist nur ein leichter Panzer. Unfähige Idioten, Dumme. Wann hab ich denn noch einen Panzer gebaut? Bin ich bescheuert? So. Naja, wenn sie sowieso da vorbeikommen, dann kann ich ja so machen. Geil. Ja, das ist Bot-Verarschen vom Allerfeinsten. Also, wir könnten mal wieder ins Silo verkaufen, weil ich die eh nicht brauch, wie ich festgestellt hab. Und jagen erst bei denen da in die Luft. Vielleicht doch nicht. Genau, das wissen wir nicht. Was? Weswegen? Ja, die Videos will keiner sehen. Verdammt, war ich das letzte Mal gespeichert. Oh Gott, da hab ich noch nicht mal angefangen mit meinen Sandsäcken. Warum ist die Vision jetzt fehlgeschlagen? Kann mir das mal einer erklären? Was soll der Scheiß? Oh, bewegt euch. Nein, ihr seid eins. Ihr seid zwei. Nein. Warum ist die Vision jetzt fehlgeschlagen? Warum? Oh, jetzt darf ich noch mal anfangen mit dem scheiß Sandsack bauen. Und warum ist meine Waffenfabrik... Achso, weil die Artillerie vorhin drauf geschossen hat. Deswegen. Verändert mich halt mal dran. Mensch. Jetzt muss ich so richtig loslähmen und dann... mehr öfter speichern, ja. Okay. Möbius geht mal irgendwo in Deckung, wo es sicher ist. Und mit dir erkunde ich mal das Gebiet hier noch. Ach, ich hasse es. Warum nehme ich eigentlich verarschen? Und warum macht der nix? Ich kann... mit Möbius... den Helikopter angreifen. Einsatz hier nicht möglich. Okay. Schön. Bauen wir doch einen Panzer. Warum habe ich jetzt die Mission eben verloren? Kann ich das mal erklären? Was habe ich denn gemacht? Oder was hätte ich anders machen müssen? Was habe ich nicht gemacht, was ich hätte machen müssen? Verpisst euch. Einsatz hier nicht möglich. Kann ich mir das mal erklären? Muss ich die ganzen Zivilisten alle beschützen? Oder... Ach, es ist doch zum Kotzen. Echt. Wenn man... Wenn man die Mission verliert, dann ewig. Hat man wieder ewig nicht gespeichert. Ach, es ist immer dasselbe. Nein, ich hätte noch... Ich habe nur zwei Sammler. Ich brauche noch drei. Pro Raffinerie kann man, glaube ich, so rund drei Sammler benutzen. Also... Ohne sie sich jetzt megamäßig in die Quere kommen. Außer das Tiberiumfeld... Nein. Liegt irgendwie direkt neben der Raffinerie dann nicht. Aber sonst eigentlich schon. Also in meiner Erinnerung zumindest so... Ich will doch unbedingt die Sunsack-Technik zeigen. Also... Ja, ich weiß. Die Mission werde ich jetzt... Jetzt will ich die Mission einfach so gewinnen. Egal, was man jetzt sagen. Mach's doch nur. Warum? Was? Weswegen? Hallo? Was? Wieso? Es schlägt die dauernd fehl? Was soll der Scheiß? Was mache ich denn falsch? Was? Okay, wenn es jetzt nochmal fehlschlägt, dann mache ich die andere Variante, glaube ich, bald. Habe ich den Spielstand noch? Das ist doch vom Arsch und ich dauernd sterb. Und nicht mal weiß, warum. Sagt mein Auftrag. Ich schütze Mühe. Seien Sie dort aus dieser Gegend. Ja, toll. Ich beschütze doch Mebius und die verfickten Zivilisten. Können jetzt aber warten, dass alle überleben, oder? Hallo? Muss ich vielleicht den Heli kaputt machen? Warum auch immer. Au, da kommen sogar mal Einheiten raus jetzt, Sex. Puh. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, das soll ich sehr gern, Einheit verloren. Jawohl, es geht so. Was mache ich denn falsch? Jawohl, klar. Boah, die Adlerie steht wieder ganz vorne. Pff, sowieso. Ich meine, wo soll dem Adlerie dann sonst hinstellen? Nicht gebaut. Einheit verloren. Ja, ja, ihr mich auch. Ja, tötet die immer. Ich weiß. Wir gucken.